Ladies and gentlemen, willkommen zurück zu einem ganz kurzen Infovideo. Ich wollte morgen einen Livestream machen. Und zwar, morgen ist der 18.01. am Sonntag. Wollte ich gegen 15 Uhr einen Livestream machen für ein, zwei Stunden, vielleicht auch ein bisschen länger. Bisschen beim TechWall weitermachen. Und je nachdem, später vielleicht auch nochmal, wie ich Lust habe, wollte ich nochmal kurz ein bisschen was auf meinem TechOfTheBteams-Server ein bisschen streamen. Einfach mal so, was ich schon ein bisschen was vorgehabt. Einfach mal so zeigen, was ich da bisher gemacht habe. Könnt ihr mir dann mal nicht schreiben, ob ihr darauf überhaupt Lust habt. Wenn nicht, mach mal halt noch ein bisschen TechWorld weiter oder keine Ahnung. Survival Games, die ich schon so oft angekündigt habe und die kam es dazu. Aber ich werde wirklich mal schauen, dass ich das mache. Habt ihr wenigstens dazu lachen. Auf jeden Fall, ich würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Link schicke... Naja, Link. Ähm, doch. Man labbelt das eigentlich wieder von der Kacke. Link. Link schicke ich euch unten nochmal in die Kommentare. Ich hab's heute in die Videobeschreibung rein. Und ich würde sagen, bis morgen. Tschö.